2012 habe ich mir vorgestellt, weil ich den Arbeitsplatz besser bin. Ich habe vorher schon 20 Jahre mehr Technik gemacht und das wäre gut für ein Wessel. Und das ist mir auch nicht lädt. Das ist eine richtige, gute Firma und vernünftige Geschäfts. Am liebsten mag ich nicht reparieren. Fehler suchen, reparieren, Probelücken her, ob alles verlebt und auch mal was zu ernähren. Wenn das zu alt ist, einfach sagen, gut, Kunde, jetzt ist das zu weit. Du musst irgendwann mal was machen, weil das verreckt dich irgendwann am Wochenende. Und dann verkauft man mal ein Aggregat oder auch mal umstellen und einfach auch den Kundenberaten beraten, dass sie, wenn sie längerfristig planen, auch was Vernünftiges werden. Die Firma hat mit einem Haus. Ich habe auch ein Große bekommen, weil ich mehrere Socken machen. Also ich habe 1200 Ersatzteile mit. Ich würde mir selber behaupten, ich kann 80% von meinen Obträgen an dem selben Tag erledigen mit alles. Ich mache am liebsten das Frühjahr, wenn die Buh an der Gras meint und der Rückse schön und er fang an zu blähen. Ich hoffe, ihm hätte es gefallen und das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.